Hinguckeroberweite, dichte Fake-Wimpern und ein Stupsnäschen. Katja Krasavice zieht im PBB-Haus mit ihrem Look viele Blicke auf sich. Doch die 22-Jährige gibt ehrlich zu. Früher sah sie noch anders aus, bevor ein Beauty-Doc an der einen oder anderen Stelle etwas nachgeholfen hat. Darüber spricht die Promi Big Brother Bewohnerin in einem YouTube-Video. Und in dem Clip präsentiert sie auch erstaunliche Bilder von damals. Auf diesen Aufnahmen zeigt sich die YouTuberin zum Beispiel mit ihren natürlichen Brüsten. Und die waren deutlich kleiner als heute. Deshalb griff Katja zu Push-Up-BHs, wie sie ausplaudert. Dass sie außerdem auf Haarextensions stand, daraus macht sie ebenfalls kein Geheimnis. Auch ihre Nase sah vor der OP noch anders aus. Sie hatte einen kleinen Huckel. Katja erinnert sich. Sie hat mich so gestört. Und dann zeigt die PBB-Bewohnerin auch noch ein überraschendes Bild von sich. Ungeschminkt, ohne falsche Wimpern, im schlichten weißen Oberteil. Ja, Katja zieht sicher mit ihrer Optik und ihren Sexsprüchen viel Aufmerksamkeit auf sich. Mit ihrer Ehrlichkeit sammelt sie aber sicher noch weitere Pluspunkte bei ihren Fans.